Unsere Welt ist ein dunkler Ort voller Lügen, Manipulation und Gewalt. Was steckt dahinter? Die Wahrheit ist schwer zu finden. Was sind die wirklichen Interessen? Sind die einflussreichsten Menschen der Welt nur Marionetten einer höheren Macht? Zeigen die Medien uns Bilder der Realität? Oder sind weltverändernde Ereignisse nur inszeniert? Wer kontrolliert wen? Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen.